Na den wollen wir mal gucken was es beim Fragenfeuer für einen Preis gab Aha ein Hut und 20 von diesen Losen Ein Ring, aha Na gut dann wissen wir das jetzt auch Wenn euch dieses Video gefallen hat Gebt dem Video einen Daumen nach oben Abonniert mich Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren Damit ihr immer auf dem Laufenden seid Wenn ich mal wieder was Neues hochlade Schreibt mir Kommentare Folgt mir auf Instagram Und sorgt damit dafür Dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt Ihr wisst ja Filme zu produzieren ohne Zuschauer Ist immer ein bisschen suboptimal Deswegen zeigt mir eure Unterstützung Ich hoffe dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt Wie ich beim Erstellen dieser Videos Wie ich beim Erstellen dieser Videos Wie ich beim Erstellen dieser Videos Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal So Vielen Dank.